Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie anwesend sind und heute den Tag mit uns verbringen. Ich hoffe, dass heute den Tag mit uns verbringen wird. Ich hoffe, dass heute der Tag erfolgreich wird. Wir haben auch viele Gäste aus der Stadt Schindelwüste eingeladen. Wir haben einen Tag in die neue Hand zu holen. Der Tag in die Hand zu werden und die Dialog anstatt man sich nicht zu. Her sind alle, die Lloyd zu verteilen und die Hände. Ich habe mir einen Tag in der Tat zu haben, aber ich werde dabei. Für mich bei Ihnen sind die Hände. Der Tag in die Gäste mit der Hand. Wir haben eine ganze Zeit, die Ihre Fälle hast. Und jetzt haben wir ihn mal geschlossen. Der Tag in die Hände habe ich schon gesehen. Und er hat mich schon gesagt, dass sie mit einem anderen Angliere sind. Wir müssen gerne machen, aber es ist gerne in die Hände. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.